Hi, ich bin der Hess-Athlet und willkommen zu dieser Videolektion. In dieser Videolektion erfährst du, wie du Selbstzweifel eliminieren kannst. Die meisten von euch haben mir davon berichtet, dass ihr eben sagt, okay, ich glaube nicht an mich, ich habe schon so viel Trainings probiert, nichts hat funktioniert, wieso sollte das jetzt funktionieren? Ich habe Angst zu versagen, ich habe Angst, einen Fehler zu machen, ich habe Angst, meine Ziele nicht zu erreichen, ich habe Angst, in diesem Loch zu versinken, ich habe einfach nur, ja, kein Glaube daran, dass ich es jemals schaffen werde. Wie wirst du diese Probleme los, wie wirst du diese negativen Gedanken loswerden? Der erste Trick gegen Selbstzweifel ist folgender, du musst einfach fake it till you make it betreiben. Bedeutet, du musst schon, bevor du überhaupt erfolgreich bist, so tun, als wärst du erfolgreich. Du musst dich einfach fragen, welche Leute sind erfolgreich und wie verhalten die sich? Wie kann ich zum Beispiel mich selbst in einem anderen Licht betrachten? Wenn du Hausmeister bist und dich irgendwo vorstellst, sagst du halt nicht, ich bin Hausmeister, sondern ich bin Facility Manager. Wenn du irgendwie ein Werkstudent im IT-Bereich bist, sagst du zu Leuten nicht, ich bin Werkstudent im IT-Bereich, sondern ich bin Werkstudent im IT-Bereich auf dem Weg zum Projektleiter. Das heißt, du musst dich selbst schon in einem anderen Licht sehen und allein dadurch, dass du selbst daran glaubst, dass du bald mega erfolgreich sein wirst, spüren das Menschen unbewusst. Die spüren dieses Vertrauen, was du hast und du musst halt auch echt daran glauben. Das heißt, tu einfach so, als wärst du schon erfolgreich. Das kannst du auch durch Körpersprache zum Beispiel machen. Das kannst du machen, indem du dir vorstellst, schon erfolgreich zu sein und dann werden alle Selbstzweifel weggehen. Das heißt, wenn du das mal beobachtest, wenn du einen Vortrag hältst und Selbstzweifel hast, musst du dir einfach vorstellen, du wärst schon voll der krasse Redner, du würdest das perfekt machen, du musst es dir vorstellen, du musst daran glauben, dann gehst du da hin und dann musst du auch deine Körpersprache verändern, kannst du aufrecht dastehen, Menschen in die Augen schauen, etwas lauter sprechen, überzeugt sein und einfach den Kopf nach oben tun und dir vorstellen, es würde so ein Seil deinen Kopf nach oben ziehen, sodass du ganz aufrecht dastehst, präsent sein und ADHS-Menschen sind doch in der Regel sehr gute Schauspieler. Das heißt, das wird überhaupt kein Problem für dich sein. Tu einfach so, als wärst du schon richtig erfolgreich. Ein Beispiel dafür ist James Bond auf diesem Bild, was mir ein Teilnehmer gemalt hat und du kannst dir einfach vorstellen, zum Beispiel bei irgendeinem Vortrag, du bist jetzt Daniel Craig oder James Bond und frag dich, wie würde der das präsentieren? Oder du kannst auch die Serie Suits anschauen, da ist dieser Harvey Specter drin und der hat auch ein paar richtig coole Sprüche, die du dir merken kannst und so musst du einfach dann so tun, als wärst du dieser Harvey Specter, das bisschen analysieren, wie verhält er sich, was macht er anders und das dann einfach nur kopieren und erstmal nur so tun und jetzt kommt das Spannende. Dadurch, dass du jetzt so tust, gleichzeitig aber ganz viel Wissen dir aneignest, weiter übst, diesen Kurs hier durchmachst, wird dann dein Selbstvertrauen automatisch nachziehen und die Selbstzweifel werden dann verschwinden. Aber am Anfang, wenn du halt noch nicht selbstbewusst bist, musst du einfach nur so tun und dann irgendwann wirst du auch selbstbewusst sein und die Selbstzweifel gehen weg. Der nächste Trick dafür ist folgendes, du solltest Gegenbeweise finden. Wenn du zum Beispiel mega viele Selbstzweifel hast und Buchautor bist, könntest du jetzt stundenlang in negativen Rezessionen versinken, wo Leute schreiben, du bist so ein schlechter Autor, lösch dich, deine Bücher sind madig, keiner will was von dir lesen. Ist ja klar, dass du deine Selbstzweifel hast. Du musst Gegenbeweise finden. Also warum bist du erfolgreich? Die meisten von euch fragen sich, warum bin ich nicht erfolgreich? Was läuft falsch? Frag dich doch lieber, was läuft gut? Was habe ich schon erreicht? Lies die positiven Rezessionen. Hey, du bist voll der coole Autor, dein Buch hat mein Leben verändert. Geil, das lese ich mir durch. Wenn ich zum Beispiel Selbstzweifel habe in Bezug auf Coaching, schaue ich mir nicht irgendwelche negativen Berichte an oder negative Kommentare von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben, sondern ich schaue mir coole Kundenfeedbacks an. Kunden, die 10.000 Euro pro Monat verdient haben. Kunden, die jetzt mega organisiert sind, die selbstbewusst sind. Kunden, die 1,0 Schnitt haben im Studium. Das sind die Sachen, die ich mir reinziehe und dann gehen die Selbstzweifel weg. Warum? Ich habe ja Gegenbeweise dafür. Ich habe jetzt für mich die Aussage getroffen, ich bin ein schlechter Coach zum Beispiel. Jetzt kann ich ja Gegenbeweise finden und dann wird dieses Konstrukt, was ich mir aufgebaut habe, verschwinden. Wenn du denkst, du wirst sehr schlecht sein im Studium, hol eine alte Klausur raus und schau da die gute Note an. Hol dir diese Klausur, hängen sie auf, wo draufsteht 1,0 oder 2,0. Frag dich, was habe ich schon erreicht, was sind meine Erfolge und dann wirst du merken, dass diese Selbstzweifel überhaupt nicht wahr sind, weil du hast ja schon mal etwas erreicht. Du bist schon erfolgreich. Du musst dich nur noch mehr auf diese Erfolge konzentrieren. Das ist halt das Problem bei Menschen. Wir konzentrieren uns eher auf die negativen Dinge als auf die positiven Dinge. Das ist evolutionstechnisch einprogrammiert. Deswegen musst du aktiv deine Erfolge immer wieder und immer wieder ins Gedächtnis rufen. Finde Gegenbeweise. Nächster Tipp, konzentriere dich auf erfolgreiche Persönlichkeiten mit ADHS. Das gehört jetzt auch noch zum Punkt Gegenbeweise finden, zum Punkt 2. Wenn Florian Hohm in Harvard studiert hat, wirst du das auch hinbekommen. Es ist möglich, mit ADHS erfolgreich zu sein. Deswegen sind die Selbstzweifel komplett sinnlos, weil andere Persönlichkeiten mit ADHS haben es doch schon vorgemacht. Es ist doch möglich. Und so wirst du die Selbstzweifel loswerden. Und jetzt kommt der dritte Tipp, Stärke nutzen. Konzentrier dich doch nicht auf deine Schwächen. Viele Leute heutzutage schauen sich in den Spiegel und sagen sich, ich bin zu dünn, mein Ass ist zu fett, diese Frau ist irgendwie viel dünner als ich. Oder jemand sagt, der Typ, der hat so viel Geld, der chillt immer nur auf einer Yacht, ich bin so scheiße. Hör auf damit, vergleich es nicht mit anderen. Konzentrier dich doch nicht auf das, was falsch läuft. Sei einfach zufrieden mit dem, was du hast und konzentrier dich auf deine Stärken, zum Beispiel Intuition, Hilfsbereitschaft, Begeisterungsfähigkeit, Kreativ, Risikobereitschaft, dass du auch unkonventionell bist, Dinge mal anders machst, dass du resilient bist, also lange durchhältst, dass du den Hyperfokus aktivieren kannst, dass du meistens witzig bist, dass du charismatisch bist, dass du extrovertiert bist, dass Leute mit dir Spaß haben, weil wenn du zum Beispiel auf einer Party bist und da ist kein ADHS da, dann ist das wie so ein Rentnertreff. Da ist kein Spaß dabei. Die ADHS-Menschen sind sehr quirlig, sind sehr aufgeweckt, da kommt Spaß auf. Also was kannst du gut, was sind deine Stärken, für was brennst du, konzentrier dich darauf und dann müsste das loswerden. Also nochmal zusammengefasst, wenn du Selbstzweifel hast, musst du Folgendes machen. Fake it till you make it. Tu einfach so, als wärst du schon erfolgreich. Die meisten Menschen sind eh so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie das gar nicht checken. Die schau dich kurz an, scannen dich und denken dann, ah okay, der muss erfolgreich sein, weil der kleidet sich besser, der hat eine gute Rhetorik, der steht aufrecht da, der glaubt an sich, ich spüre das, also muss es wohl so sein. Die hinterfragen das nicht mal. Tipp 2, Gegenbeweise finden, warum kannst du doch erfolgreich sein, welche Erfolge hast du denn schon erzielt, welche erfolgreichen Persönlichkeiten mit ADHS sind auch erfolgreich und dann Tipp 3, konzentrier dich auf deine Stärken. Viel Spaß bei der Umsetzung und bis zum nächsten Video. und bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020